Ich bin seit 2015 in einer gierge Sportfamilie. Familie ist für mich voll wichtig, durch meine Familie bin ich überhaupt erst zum Wassersport gekommen. Ausdauer, Koordination, aber auch Kraft ist für das Badeln total wichtig und ausschlaggebend für eine erfolgreiche Karriere. Die Sportfamilie ist für mich nicht nur Kraftgeber, sondern hilft mir, meine Grenzen zu überschreiten, damit ich meine Träume verwirklichen kann. Ich bin der Mendy Sowoda und meine Leidenschaft ist das Badeln.